und willkommen bei small cap crypto heute mache ich meine aufnahmen über das handy mein computer hat sich gestern komplett aufgeraucht aber ich würde euch trotzdem content liefern daher machen wir es so ich denke das wird klappen heute stelle ich euch ein echtes low cap projekt vor und wenn ich low cap sage dann meine ich bloke wir reden ja wirklich von wenigen millionen dollar marktkapitalisierung und ihr seht schon im hintergrund um was es geht es geht um ein 3d blockchain play to earn game und zwar namens debomund und vielleicht geht manchen leuten gerade licht auf der wohnen devolution habe ich schon mal gehört genau unser bro crypto gang hat vor circa einem jahr ein video zu dem game devolution gemacht erst mal hier viele props und grüße an dich aber seitdem hat sich einiges getan devolution hat sich massiv weiterentwickelt es gab eine umstrukturierung und aus devolution ist devomon geworden und das bedeutet was ganz ganz großes und zwar devomon ist ein brand es geht hier nicht nur um ein spiel es geht um mehrere spielarten die werde ich euch zeigen und es geht hier um ein richtiges brand was aufgebaut werden soll hier im ersten teil stelle ich euch erstmal zwei spielarten davon vor ein paar allgemeine informationen und im zweiten videoteil der kommen wird stelle ich euch das white paper vor die weiteren spielarten und die tokenomics also fangen wir mal an ihr seht ich bin jetzt auf der seite von devomon hier kann man sich auch anmelden wenn man informationen haben möchte und das allererste was wir uns mal anschauen sollten ist der trailer denn der trailer ich sag's euch der ist bombastisch ist Untertitelung des ZDF, 2020 Ich denke, ich habe euch nicht zu viel versprochen. Ein richtig fetter Trailer. Dann schauen wir uns mal die Seite weiter an. Also ihr habt ja schon einiges aus dem Trailer gesehen. Wir reden hier von einem Spiel mit einer richtig geilen 3D-Grafik und zwar mit der Unreal Engine 5. Und ich glaube, sowas gab es bis jetzt noch nie in einem Blockchain-Game. Bis jetzt war es immer ein bisschen so Bildografik. Hier reden wir von hochmoderner 3D-Grafik. Und ich hatte erwähnt, das ist ein Brand. Warum? Ihr habt es gesehen. Es gibt ein Manga. Ein Anime soll vielleicht folgen. Wir reden von einem Kartenspiel. Wir reden von einem 3D-Spiel. Wir reden von so viel, was es woanders einfach nicht gibt. Das ist Fakt. Hier ist es natürlich ein Spiel, da geht es auch um Play to Earn. Ich habe ja gesagt, es gibt super viele Spielmodi. Zwei davon werde ich euch mal zeigen. Eins ist da von Callisto. Das ist das 3D-Spiel, was ihr auch schon in dem Trailer gesehen habt, wo man in einer schön animierten 3D-Welt seine Evomons, also die hier vorhandenen Monster sammeln kann, verbessern kann, um in Turnieren und in anderen Kampfmodis gegen andere Spieler zu spielen, sich zu bewähren und in so einem ähnlichen Spielprinzip, wie ihr es vom Pokémon Digimon kennt, halt einfach ein geiles Spielerlebnis zu haben. Dann gibt es ein Kartenspiel namens Devomont Card Game. Und das finde ich persönlich perfekt, denn ich stehe auf so eine Spiele. Ihr kennt ja wahrscheinlich so eine Spiele wie Magic, The Gathering, habe ich früher geliebt. Dann gibt es so eine Spiele wie Yo-Gi-Oh und noch ganz, ganz viele andere. Und hier habt ihr ein vollwertiges, strategisches Kart Game inklusive. Dann gibt es Devoland, darauf möchte ich gerne im nächsten Video eingehen. Hier wird auch ein AI-Assistent integriert, der sogenannte DeathSmart. Und dann kann man halt mit so einer Brille, ja da hat man halt ein komplett anderes Erlebnis mit so einer AI-Technologie. Da lassen sich halt Elemente aus dem Spiel integrieren. Kenne ich bis jetzt nicht so. Ich bin gespannt, was da kommt. Klingt auf jeden Fall cool und ziemlich nach Zukunft. Dann, ja, ich habe es schon gerade erwähnt. Wir reden hier von so einem Spielprinzip, wie es auch natürlich schon mal gab. Das wäre jetzt gelogen, wenn es nicht so ist. Aber hier halt auf die Blockchain gebracht. Und zwar, wir reden von so einem Spiel, in dem man halt ein Game Master ist, ein Trainer, wo man verschiedene Evo-Mons, also Monster sammelt, die unterschiedliche Eigenschaften haben. In Sachen Stärke, Verteidigung, dann natürlich die Elemente, die die beherrschen. Und wo man halt versucht, das bestmögliche Team zusammenzustellen, um in diesem Spiel es ganz nach oben zu bringen. Das heißt, in den ganzen Rank-Modus oder in den ganzen Turnieren, dass man ganz, ganz weit nach oben kommt. Man möchte ja Belohnungen kriegen in Form von Items, von NFTs. Also alles, was wir hier haben, ist natürlich NFT. Also Non-Fungible Token. Kennt ihr ja alle, brauche ich nicht erwähnen. Ja, und hier versucht man natürlich, das Bestmögliche aus deinem Team rauszuholen mit verschiedenen Evolutionsstufen, die Monster besser zu machen, seinen eigenen Skill zu verbessern, dass man halt in dem Spiel ganz, ganz weit nach oben kommen kann. Und hier seht ihr ja erstmal schon ein ziemlich geiles Design. Also es gefällt mir richtig, richtig gut. Das habe ich so auch noch nicht gesehen in so einem Blockchain-Game. Dass das jetzt hier alles NFTs sind, das hatte ich schon erwähnt. Und jetzt können wir uns mal hier ein paar Bilder angucken. So sehen halt die designten Monster aus. Und die sehen auch in-game so aus. Also wirklich, wirklich cool. Ich hatte ja schon, naja, vor einem Jahr die ursprüngliche Alpha von Devolution spielen können. Da sind wir jetzt viel, viel weiter. Ich bin seit einem Jahr halt auch in dem Projekt investiert. Und da sah das auch schon ziemlich nice aus. Aber es wird natürlich jetzt mit der neuen Unreal Engine und dem Unreal Design viel, viel schicker. Habt ihr mal einen Einblick gehabt, wie die Monster so ungefähr aussehen? Dieses Evo vs. City, das erkläre ich gerne im nächsten Video. Denn ich werde nur auf das Devomon Kalisto und das Card Game in diesem Spiel im Detail eingehen. Und wie gesagt, im zweiten Video folgt mehr. Weil sonst würde das einfach den zeitlichen Rahmen entspringen. Jetzt aber ganz wichtig, dieses Projekt ist jetzt gedoxt. Damals war Devolution noch nicht so richtig gedoxt. Jetzt sind wir es. Ihr seht hier, wer die Co-Grounder sind oder Founder. Das ist der Güven Alkan. Das ist der Semigrund. Ihr könnt auch gerne da raufklicken über Instagram. Ihr kommt auf die jeweiligen Instagram-Profile. Und man sieht, das ist mittlerweile ein relativ großes Team. Also jetzt sind wir bei den Senior Artists. Dann sind wir beim CSM. Dann haben wir hier verschiedene Rollen. Ein Partnership Director, der sich wirklich darum kümpt, geile Partnerschaften zu knüpfen. Ein Projektmanagement. Und wenn wir hier unten gehen, da kommen noch ganz, ganz viele. Die Frontend-Designer für Game-Content, für Social Media, für Concept Arts. Concept Arts, die UX-Designer. Also ihr könnt hier gerne mal gucken. Hier ist jetzt alles gedoxt. Und das ist ja das, was wir immer haben wollen. Es gibt einfach mehr Vertrauen. Das wissen wir alle. Und da sind wir. Ich verlinke auch mal unten mit den Links. Könnt ihr auf die Discord-Seite, werde ich einen Link setzen. Und auf eine Telegram-Gruppe. Da könnt ihr gerne reingehen. Die ist eine wirklich, wirklich super aktive Community. Ich bin da ja selber seit einem Jahr drin. Discord ist jetzt gerade neu. Aber auch die alte Telegram-Gruppe. Die Leute waren immer ansprechbar. Auch die Co-Founder. Wir hatten immer Voice-Chats gehabt. Alle paar Wochen. Also wir waren wirklich super aufgeklärt. Und ich vertraue dem Team voll und ganz. So, ich hatte jetzt gesagt, wir schauen uns mal die Spiel-Modi an. Und zwar Callisto. Ich hatte erwähnt gehabt, dass Callisto ist ja das 3D-animierte Spiel dazu. Das heißt, ihr seid auf einem Mond. Der heißt hier Callisto. Also eine fiktive Welt. Und auf diesem Mond habt ihr wirklich einen Bereich, der euch gehört. Man kann uns ja unterschiedlich besuchen. Und das ist wirklich so wie eine kleine Stadt, eine kleine Welt. Und die könnt ihr auch mit Items schicker machen. Also ihr könnt die individuell anpassen. Und es gibt auch Werbetafeln so verteilt, wo man halt Werbung einfügen kann. Und vor allem auch bei den großen Turnier-Modis. Das habt ihr vielleicht in den Trailer gesehen. Diese richtig schick designten Arenen. Da werden dann auch richtige Werbewanderer sein. Und so, dass Partner dort ihre Werbung machen können. Das kann eine Börse sein. Das kann auch ein Produkt sein. Also in den Turnieren kann man ja Sachen gewinnen. Also zum Beispiel den In-Game-Token. Aber vielleicht auch andere Sachen. Dann kann man sich da halt vorstellen, dass da die Werbepartner coole Werbung reinmachen. Und es gibt hier natürlich in dieser Callisto-Welt auch Spielmodi. Es geht hier auch um Play-to-Earn. Das heißt, man kann hier langlaufen. Man kann Missionen machen. Und man wird dafür in diesen In-Game-Token belohnt. Und hier nochmal der Game Guide. Also es gibt einen PvP-Spielmodus. Klar, man kann gegen andere spielen und sich messen. Es gibt ein Ranked-System. Das heißt, das kennt ihr von anderen Spielen. Es gibt so ein Ranked-System, wo man sich nach oben spielen kann. Je nachdem, wie viel man gewinnt. Kriegt man halt eine bestimmte Anzahl Gewinnpunkte. Wenn man verliert, werden Punkte abgezogen. Und daraus ergibt sich das. Und umso weiter man nach oben kommt, kriegt man natürlich mehr Belohnungen. Das können halt diese In-Game-Token sein. Aber auch Items. Dann gibt es Gilden. Ja, man kann hier auch richtige Gilden bilden. In der man aktiv unterwegs ist. Und ihr werdet es später noch sehen. Es gibt auch einen Season Pass. Und natürlich, wenn man mit der Gilde kann man natürlich auch an Turnieren oder an so einem Ranked-System teilnehmen. Dann kriegt man natürlich super starke Belohnungen. Rare-Items. Naja, die möchte man ja haben. Dann gibt es halt Evolutions. Also man kann die eigenen Monster weiterentwickeln. Das heißt, vier Stufen gibt es. So normal, Rare, Super-Rare und Legendary in der Richtung. Da werdet ihr gleich Bilder sehen. Sieht richtig, richtig nice aus, wie das Art-Design ist. Breeding, man kann die halt auch ausbrüten. Also man hat die Möglichkeit, neue Evomons in so eine Brütmaschine zu geben. Und dann kommen halt zufällige Monster raus mit zufälligen Stats. Und wenn man Glück hat, hat man vielleicht ein Monster, was super, super stark ist. Turniere werden stattfinden. Dort geht es wirklich darum, dass man Dollar gewinnen kann. Besonders seltene Items. Es sollen auch unterschiedliche Turniere stattfinden, wo es auch Zugangsvoraussetzungen gibt. Das heißt, man kann nicht einfach an einem Turnier teilnehmen. Sondern man muss sich schon vorher bemühen und beweisen und Engagement in das Spiel reinstecken. Was ja einen Reiz. Man will ja besonders gut sein, um irgendwo hinzukommen. Dann kann man an diesen Turnieren teilnehmen und wird natürlich besonders entlohnt. Dann gibt es eine Mining-Mode, wo man halt Evomons minen lassen kann. Und dann kriegt man halt random Items. Dann kann man halt so eine Membership eingehen. Dann gibt es ein paar Vorteile, dass man halt mehr Miners stellen kann für Callisto. Und dann ist Devo-Pass, das ist halt im Prinzip so ein Season-Pass. Dann kriegt man halt extra Content fürs Game. Hier ist die Gallery. Da seht ihr mal so ungefähr, wie die Landschaft aussieht. Also ein wirklich, wirklich schönes Art-Design für ein Blockchain-Game. Ihr hattet das ja schon in den Trailer gesehen. Da war das ja relativ auch in bewegter Grafik oder mit bewegten Videos dargestellt. Ich öffne mal hier kurz die Gallery. Da seht ihr jetzt zum Beispiel die Evolution Line. Hier ist halt ein Monster, so ein vogelartiges Wesen, so ein Evomon. Das ist links in der ersten Stufe und man sieht, umso weiter man entwickelt, umso besser sieht es natürlich aus. Und in der Endstufe, ich sag mal so ein abartig geiles Design. Gefällt mir richtig gut. Genau. Und was jetzt ganz, ganz besonders ist, dieses Spiel ist vor allem mobil ausgerichtet. Also man kann es auf Windows spielen, auf Android und auf Google. Also auf Android-Phones. Und ja, da ist gerade eigentlich der größte Markt. Also vielleicht wissen es gar nicht alle, das sind nicht irgendwelche Windows-Spiele, sondern mobile Games dominieren den Gaming-Markt. Ganz klar. Das weiß auch das Team von Devomon und versucht natürlich, oder nicht versucht, sondern wird da den Fokus setzen. Denn wir alle haben unsere Handys dabei und wir spielen überall und unterwegs. Und das Spiel soll halt ein, ich bin überall, da wo ich bin, kann ich dieses Game zocken, weil es einfach geil ist und ich Bock drauf habe. Also ich denke, das ist was ganz, ganz Besonderes. Hier erstmal grob zu diesem Callisto-Game. Ich springe jetzt nochmal rüber zu dem Card-Game. Moment, falsch geklickt. So, jetzt haben wir es. Genau, wir schauen uns jetzt mal das Card-Game dazu an. Ähm, das Card-Game, habe ich schon erwähnt gehabt, wird ein komplexes Card-Game werden. Also das ist nicht so ein Nebenbeispiel, sondern das ist ein vollwertiges, eigenständiges Spielen. Und wer so eine Spiele schon früher mal gespielt hat, sowas wie Magic oder Yu-Gi-Oh! als Kartenspiel, daran wird es anlehnen. Also man hat hier auch natürlich die Möglichkeit, an Turnieren teilzunehmen und auch Preise zu gewinnen. Und dieses Spiel hat halt ein eigenes Spielprinzip. Das funktioniert ein bisschen anders, als was wir von anderen Kartenspielen kennen. Es gibt nämlich genau sechs Runden und es gibt drei Bereiche auf der Map. Und die drei Bereiche kann man mit jeweils vier Monster befüllen, also zwölf Stück an der Zahl. Und auch die Bereiche haben unterschiedliche Effekte, die man nutzen kann. Und der Sinn des Spiels ist es, am Ende halt zwei von drei Bereiche zu gewinnen, sozusagen, damit man das Spiel gewinnt. Und diese Bereiche sind super wichtig. Kommen wir gleich nochmal darauf hin, zurück. Hier seht ihr schon mal so, es gibt natürlich die Möglichkeit, in diesem Kartenspiel auch Boosters zu kaufen. Also Pakete, Kartenpakete, digitale Kartenpakete, NFTs natürlich. Und dann sieht man da drin halt Karten. Und da können wir mal Glück hat, halt super seltene Karten drin sein. Also es gibt ja unterschiedliche Rare-Stufen. Und ja, kennt ihr Booster-Packs kaufen, auspacken, sich freuen. Und jetzt hier der Game Guide. Also es ist im Prinzip so, ich hatte es erwähnt gehabt, es gibt drei bestimmte Bereiche, wo man vier Karten reinpacken kann. Also jeder Bereich. Und diese Bereiche haben auch unterschiedliche Effekte, die mit den Karten kombiniert. Ja, Vor- oder Nachteile bringen können. Und das können sein, dass die Karten stärker gemacht werden. Oder dass man mehr Mana kriegt. Es gibt aber auch negative Effekte auf Karten. Und es gibt auch Bereiche, die können nur ganz bestimmte Karten halten. Also von einem Typ zum Beispiel. Und es gibt auch Bereiche, die haben gar keine Effekte. Und da muss man sich natürlich überlegen, schon von Anfang an, wie strukturiere ich mein Team? Wo packe ich es hin? Wo es für mich am effizientesten ist. Und wo ich selber denke, dass ich Riesenvorteile gegenüber meinen Gegnern habe. Also schon mal ein richtig strategisches Element. Und ja, wie gewinnt man? Naja, die Karten haben natürlich unterschiedliche Werte. Die haben Energiekosten und Power. Und das sieht man dann halt oben in den Karten auch abgebildet. Und in so einem Kartenspiel ist es meistens so, hier auch. Man beginnt mit einem Energiepunkt, sammelt halt mit jedem weiterer Runde Energiepunkte. Und die kann man halt einsetzen mit Fähigkeiten. Und so ergibt sich natürlich ein taktisches Spielprinzip. Und hier ist es auch anders. Das ist die sogenannte Collector Level, was ich gerade beschreiben werde. Das ist halt ein bisschen anders in den Spielen. Denn hier gibt es sogenannte Pools. Und aus diesen Pools kannst du Karten gewinnen. Aber du musst erstmal einen Pool komplett, ja sozusagen, erobern. Beziehungsweise alle Monster daraus kriegen. Bevor du in dieses nächste Pool kommen kannst. Um auch deine Karten abzugraden und so weiter und so fort. Genau, das ist mal ganz wichtig. Also hier kann man nicht einfach hin und her switchen. Sondern du musst erstmal einen Pool abschließen, bevor du in den nächsten Pool kommst. In diesen Karten gibt es natürlich auch ein Rank-System. Das heißt, man kann gegeneinander ein Rank-System antreten. Genau, also das kennt ihr alles. Dann hat man natürlich hier die Möglichkeit eines Deck-Building. Man kann halt verschiedene Decks bilden. Ein Deck besteht halt aus zwölf Karten. Es sind auch keine Duplikate erlaubt. Ja, und das macht natürlich Spaß. Also man sammelt natürlich immer Karten, kriegt neue Karten. Man probiert sich aus und versucht die beste Deck-Kombination zu finden. Und das ist das, was in so einem Spiel so richtig, richtig Bock macht. Man hat auch die Möglichkeit, die Karten abzugraden. Da gibt es diese hauseigene Währung, also diese In-Game-Währung, die heißt Mon. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, die zu bekommen. Und mit denen kann man halt Karten upgraden. Und genau. Also das ist auf jeden Fall auch sehr cool. Das heißt, so eine Karten können sich weiterentwickeln. Und dann muss man halt überlegen, welches Deck will ich zusammenbauen? Wie sollen meine Karten sein? Und ich fokussiere mich dann halt vielleicht auf ein bestimmtes Deck, auf dem Spielstil und versuche dort meine Karten natürlich auch weiterzuleveln, damit sie stärker werden. Und wenn man es schafft, eine Karte auf Maximallevel zu machen, dann gibt es sogar einen Spezialeffekt auf diese Karte. Man hat auch hier die Möglichkeit, so einen In-Game-Avatar sich zu besorgen, zu erhalten. Und die haben auch einzigartige Effekte. Zum Beispiel, einer kann sein, dass du jede dritte Runde einen Feuerdrachen ziehst. Hier seht ihr mal so Bilder. Also auch wieder hier ein super cooles Art-Design. Genau, sieht richtig stark aus. Und hier natürlich auch diese Kart-Variante. Die wird es natürlich auch mobil geben. Das heißt, das ganze Spielkonzept von Devomon ist schon sehr mobile-lastig ausgelegt, was aber natürlich super ist. Man kann es aber auch mit seinem Windows-Rechner spielen, spricht nichts dagegen. Aber wie viele Spiele, Blockchain-Spiele habt ihr, die auf mobiles Gaming auch ausgelegt sind und auch eine eigene App anbieten? Ich glaube, ich kenne so gut wie gar keine. Und da freue ich mich total drauf, endlich mal was Kompetibles zu haben, womit ich auf meinem Handy das Spiel jederzeit zocken kann. So, für die erste Runde, Devomon, denke ich, reicht das heute. Ich werde im nächsten Video noch die ein, zwei weiteren Spielmodi erklären. Dann werde ich nochmal auf die Tokenomics eingehen. Wir können auch mal auf relevante Punkte in dem Whitepaper eingehen, vor allem die Roadmap. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst wie immer ein Like, ein Kommentar und vergesst nicht, ein Abo bitte mitzunehmen. Darüber würde ich mich richtig, richtig freuen. Also, bis zum nächsten Video in zwei Tagen. Bis dann, euer Small Cap Crypto.